Ich habe gerade einen Rückstoß, die zappelt voll rum. Jetzt ist wieder Trios vollgekriegt. Echt? Ah jo. Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Ah, ich schieb mit. Ich kann nicht sein, man. James, Alter mach mal Alpland. Ich kriegst du. Vielen Dank. Oh, sind meine Hände kalt, alles ist kalt. Oh, das war easy. Jumpshot. Flick! Komm, die deutschen Keks müssen wir wegnatzen. Der meint, ich krieg dein Leben. Sind aber alle da, pass auf. Loll, Digga, was? Loll, Digga, was? Auf zur nächsten. Oh Mann. Spitzenreiter. Was geht denn hier? Was für Keks? Alle mit Keks im Klantek und dieser Maxi-Gater. Ja. Willkommen. Wie geil, ich treffe halt nicht so viel Scheiße, Maxi. Bro, ich darf genau in seinem Moment. Null Schaden. Vergessen wir die Runde. Auf zur nächsten. Heißt sie auf britische Art willkommen. Der Geil ist direkt um die Ecke, ne? Ich spiele jetzt mal so wie die einfach hier rumkämmen. Ich versuche nicht, ich checke's nicht. Der Honda wird mich in dem Weg. Ich hab' den killen, ich hab' den killen, ich hab' den killen Oh was... Vergesst es jetzt, wir haben eine Mission! Haben beide gekriegt oder nicht? Prima alles, Junge Ich krieg' daneben, hab' ich doch gesagt Ah, du Schmutzfuß! Ich krieg' daneben, hab' ich doch gesagt Komm, wir müssen jetzt... Schmutzfuß! Alles! Auf die nächste Runde, bereit machen! Nein, ich mach' den laden! Kick! Kick! Was ist das für'n Zeitlupe-Sound, Digga? Ist der bei dir auch so verpackt? Ich mach' so boing, boing, boing Ja, die renken hier alle! Schmutzfuß, Alter! Auf rot sind beide! कl Opfer vorn und so war da Das ist besser, wir gewinnen das noch 10, wir gewinnen das noch, diese scheiße 10 Schuss entfüren 3 gegen 2, let's go, let's go 4 auf Rot In der Stunt und sind tot Wo war er? 4 drin 3 von 3, weiter so Wir gewinnen das noch Wir haben einen Mannspaar, wir müssen das nicht verlieren Ja, bitte Camp it out Für was? Ich bin gestummt Er ist so gepre-aimt Er ist so in seinen Schuss reingelaufen Da tut sich was Ey, so eklig Wo ist die Schuss? Melden für Nachbesprechung Wow Oh, Mann Ich fick dein Leben! Ich kann es nicht Ich kann es nicht nachdenken, das sei zu runter Ich kann es nicht mehr Ich kann es nicht mehr Ich kann es nicht mehr schwitzersquad wieder ich habe die sind zu dritt, die sind zu zweit, ich habe übel Hunger merke ich, nach der Runde eine Runde weniger mit der kacken Waffe, die waren da, die ließen einfach kacken 10 Sekunden Oh, du musst, ne? Bro, let's go! Alter, Alter! Oh, Bro, das war schlecht. Fuckin' bad, Mann. Oh, Junge, hier, harte Scope, der kann man... ...heißt ihr auf britischer Art Willkommen. Jetzt LMG, Digga. Bro, da links, oder was? Ja, Digga, ich hab mir da. Bro, da geht's los aus, wie gegen mich da rein. Digga, steht da unter ihm die ganze Zeit. Hey, Digga, bei mir wird jeder als Shelly angezahlt. Da war doch kein Bullshit. Ja, letzte Runde wurde es zweifelgekillt. Hey, warum wurde es... Ey, links, zwei, zwei links. Pushen schon durch. Genau so muss es sein. Und jetzt in die nächste Runde. Na los, bewegt eure Hintern. Haben wir sie, Digga. Was ist das voll? Keine Ahnung. Wie ist das von? Keine Ahnung. Geh, doch. ich habe Oh mein Gott. Kannst du keine Erzählung mehr. Oh, ach. Ich hoffe, ja. Oh nein. Neut. Oben und links. Vier Siege hintereinander. Schaffen wir fünf! Boah, ich hab so viele Alten. Zehn Meter von einer Beine. Oh, Junge, ich vermag nicht, was mag ich sagen. Oh! Je, du Scheiße, Junge. Matchball, noch eine Runde und wir haben's! He, ich so schlecht, ne, alle überleveln. Ich hab ja gesagt, dass wir besser sind. Ge-spawned, spawned. Echt, Digger, der KC-A-Fallschüss. Mitte, oben, rechts. Man muss doch englisch sagen, Top, eh, middle, man. Top, middle, middle, top, Junge. Hör mir denn auf, die dir deswegen eine Runde zu holen, Alter. Hör mir denn zu. Im Moment. Der KC-A-Fallschüss. Hör mir denn. Oh, fuck! Das war's.